Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 23. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP Home? Bisher war es eigentlich immer unser Ziel, Geräte basierend auf dem ESP zu erstellen und diese anschließend ins Home Assistant zu integrieren. Im heutigen Teil möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal ansehen, wie man vorgehen muss und was es zu beachten gibt, wenn wir ein Standalone-Projekt mit so einem ESP basierend auf ESP Home erstellen möchten und dieses trotzdem über ein Smartphone oder ähnliches steuern möchten. Denn auch ESP Home bietet uns die Möglichkeit, einen Webserver auf so einem ESP zu installieren und darüber dann zum Beispiel die Switch-Komponenten zu schalten, Light-Komponenten, also Lichter, die angeschlossen sind an und aus zu machen, aber natürlich auch die Sensorwerte, die auf dem ESP zur Verfügung stehen, auszulesen. Wenn euch meine ESP-Tutorial-Serie gefällt und weiterhilft, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Daumen hoch belohnen würdet. Unterstützt mich wirklich immens, also vielen, vielen Dank nochmal für jegliche Art von eurem Support, sei es ein Like, sei es ein Abo, sei es ein Kommentar oder natürlich auch die YouTube-Mitgliedschaft. Diese findet ihr wie immer hier unten direkt neben dem Abonnieren-Button. Also nochmal vielen, vielen Dank für jede Art von eurem Support und wir legen jetzt sofort los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar, als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Ja, hier seht ihr nun mein Home Assistant und wir legen auch direkt los. Wir gehen nach ESPHome und legen zuerst wie immer ein neues Projekt an. Nennen wir das Ganze mal Webserver. Wie immer temporäre WLAN-Zugangsdaten, sagen weiter, wählen unseren D1 Mini und wechseln jetzt in den Bearbeiten-Modus. Kommentare raus. Und diesmal schmeiße ich auch direkt die WLAN-Zugangsdaten raus und die API. Denn wir möchten dieses Mal ein Standalone-Projekt erstellen. Heißt, wir möchten gar nicht in unser WLAN verbinden. Wenn ihr das doch möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Aber ich verzichte jetzt an dieser Stelle erst einmal auf alle WLAN-Komponenten außer dem Access-Point. Heißt, ich habe mit meinem Smartphone nachher die Möglichkeit oder auch in dem Fall jetzt mit meinem PC über diesen Access-Point direkt auf den ESP zu verbinden und ihn dann zu steuern. Ihr könnt natürlich weiterhin, wie gehabt, hier oben auch eure WLAN-Zugangsdaten eintragen. Somit den ESP in euer WLAN aufnehmen. Der Webserver funktioniert natürlich genauso. Bedenkt nur, wenn ihr euren ESP nicht ins Home Assistant integrieren möchtet, entfernt auf jeden Fall den API-Eintrag. Denn ansonsten startet euer ESP jede Viertelstunde einmal neu, da sich eben kein Gerät über die API auf ihn verbindet. Das speichern wir jetzt erstmal und legen jetzt zuerst, bevor wir in die Dokumentation schauen, einmal ein paar Geräte an, die wir nachher in unserer Web-Oberfläche sehen möchten. Fangen wir mal an mit einem Binär-Sensor. Und wie wir das schon kennen, wir nehmen einfach einen GPIO-Binary-Sensor, definieren ihn einfach mal am D2, auch wenn da jetzt nichts angeschlossen ist, und nennen ihn Binary-Web-Sensor. Als nächstes nehmen wir mal noch einen normalen Sensor. Hier wähle ich mal die Plattform ADC, also einen analogen Sensor. Damit ist jetzt beim D1 Mini schon klar, es muss A0 sein. Einen anderen analogen Pin hat der D1 Mini nicht. Und diesen nennen wir jetzt einfach mal Sensor-Web. Dann legen wir noch einen Switch an. Den Switch nehmen wir wieder von der Plattform GPIO, also müssen wir einen Pin angeben. Da nehmen wir dann mal den Pin 3 und nennen das Ganze Switch-Web. Bei Smart Home dürfen Lampen natürlich auch nicht fehlen, also machen wir auch noch eine Light-Komponente. Und wie wir das schon kennengelernt haben, nehmen wir hier einfach die FastLED Clockless-Plattform mit den entsprechenden notwendigen Parametern. Das Ganze nennen wir dann FastLED Web. Und zu guter Letzt legen wir noch schnell einen Textsensor an. Und zwar legen wir einen Textsensor von der Plattform Template an, geben ihm den Namen Textsensor-Web. Und im Lambda sagen wir ihm, wenn der Status des Binärsensors hier oben on ist, dann soll er hier unten sagen aktiv und ansonsten inaktiv. Damit wir jetzt hier den Binary-Sensor referenzieren können, braucht dieser also noch eine ID. Übernehmen wir dafür jetzt hier einfach den Namen, kopieren uns dann die ID hier unten rein und sind auch mit unserem Textsensor fertig. So, und jetzt könnten wir das Ganze natürlich schon auf unseren ESP übertragen, aber diese Werte würden wir natürlich noch nirgends einsehen können, denn wir haben eben keinen API-Eintrag mehr. Heißt, wir können uns die Werte nicht mehr nach Home Assistant reinladen, wollen wir in diesem Fall auch gar nicht, aber wir haben auch noch keinen Web-Server definiert. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Dazu wechseln wir in die Dokumentation und suchen jetzt hier einmal nach Web-Server. Dann scrolle ich hier mal ein bisschen runter und hier sehen wir Web-Server-Komponent. Die wählen wir mal aus und hier oben können wir direkt schon lesen, dass die Web-Server-Komponente einen einfachen Web-Server auf unserer Node erstellt und darüber sogar eine kleine Rest-API zur Verfügung stellt. In die Rest-API können wir auch mal eben kurz einen kleinen Blick werfen. Die API möchte ich jetzt nicht im Detail erklären, aber ich reiße es mal ganz kurz an, damit ihr es wenigstens mal gesehen habt und wisst, was möglich ist. Hier in dem Eintrag Rest-API, da können wir sehen, über folgendes URL-Schema haben wir die Möglichkeit, unsere API anzusprechen. Es wird unterschieden zwischen GET und POST aufrufen. Über GET können wir Werte abrufen, über POST können wir Werte setzen bzw. unsere Geräte schalten. Das Schema sieht wie folgt aus. Wir haben also einmal unsere Domain, das wäre also jetzt zum Beispiel die IP unseres ESPs, dann Slash-ID, also die ID unseres Gerätes, welches wir ansprechen möchten. Und bei einem GET-Command erhalten wir dann eben ein JSON zurück, welches uns den Zustand dieses Sensors, Schalters oder was auch immer wir gerade ansprechen, zurückliefert. Und wenn es sich um ein POST-Command handelt, über das wir auch schalten können, dann müssen wir hier hinter einem weiteren Slash eben die Methode angeben, die wir aufrufen möchten. Schauen wir uns das mal eben kurz an einem Beispiel an. Und zwar haben wir hier zum Beispiel einen Sensor mit dem Namen Outside-Temperature. Das heißt, wir hätten hier jetzt HTTP, Doppelpunkt, Doppel-Slash, die IP unseres ESPs und dann Slash-Sensor, Slash-Outside-Temperature, also der Geräte-ID, die wir ansprechen möchten. Als Antwort würden wir dann dieses JSON zurück erhalten, welches uns einmal die ID zurückliefert, dann den fertig formatierten Zustand und den echten Wert. Der Binary-Sensor verhält sich, was das angeht, ziemlich identisch. Schauen wir noch eben ganz kurz auf den Switch, denn diesen können wir ja logischerweise schalten. Das heißt, hier haben wir nicht nur unser GET, sondern hier haben wir eben auch die Möglichkeit, einen POST-Request abzusetzen, um den Switch zu schalten. Und hier sehen wir, hätten wir dann anstatt Sensor eben Slash-Switch, dann Slash unsere ID, Slash und dann die Methode, die wir eben aufrufen möchten. Und als Methoden hätten wir, wie beim Switch eben üblich, Turn-On, Turn-Off und Toggle. So sähe zum Beispiel ein GET auf eine Lichtkomponente aus. Diese würde uns dann sogar mit aktuellen Farbwerten, Effekten und so weiter antworten. Und wie wir hier unten sehen, können wir über einen POST-Request sogar sämtliche Parameter auch setzen. Das soll es an der Stelle zu der API gewesen sein. Wenn das interessiert, schaut hier gerne mal in die Doku rein. Ich verlinke wie immer alles unten in der Videobeschreibung. Wir machen jetzt hier jedenfalls erst mal weiter mit der Web-Server-Komponent. Und zwar scrollen wir jetzt hier einmal ein Stückchen runter und dann sehen wir jetzt hier eine Beispielansicht von so einem Web-Server, also von der Webseite, die unser ESP bereitstellen würde. Terrasse ist hierbei also der Name unseres ESP-Projektes und als nächstes werden hier in einer Tabelle die Zustände unserer einzelnen Sensoren, Schalter etc. aufgelistet. Ebenfalls bekommen wir hier auch noch unser Debug-Log angezeigt und wenn aktiviert, hat man inzwischen sogar die Möglichkeit, auch in diesem Web-Interface ein OTA-Update durchzuführen. So, in dem einfachsten Fall für dieses Layout müssen wir einfach nur diese beiden Zeilen oder genauer gesagt eigentlich sogar nur diese eine Zeile in unsere Konfiguration übernehmen und erhalten dann bereits diese Ansicht. Denn wir sehen hier im Beispiel haben wir einen Port hinterlegt, aber hier unten steht es auch schon Port ist optional, heißt den müssen wir nicht angeben und standardmäßig steht der Port eben auf Port 80 wie für HTTP üblich. Insofern kann man sich diese zweite Zeile hier auch schenken. Kopieren wir uns jetzt also einfach mal den Eintrag Web-Server, wechseln wieder nach ESP-Home in unser Projekt und fügen hier einfach mal den Eintrag ein. Wir sagen Speichern und wählen Install. So, und da wir jetzt weder eine WLAN-Verbindung noch API noch sonst irgendetwas für eine Verbindung konfiguriert haben, startet unser D1-Mini nun im Access-Point-Modus. Das heißt, wir schauen mal einmal kurz in die Konfiguration. Ich kopiere mir jetzt mal hier das Passwort für diesen Access-Point und wenn wir jetzt mal hier in die WLAN-Verbindung schauen, dann sehen wir hier Web-Server Fallback Hotspot. Den wähle ich einmal aus, sage verbinden, füge hier das gerade kopierte Passwort ein und sage weiter. So, und jetzt sehen wir hier also die Web-Server-Komponente, die von unserem D1-Mini zur Verfügung gestellt wird. Erreichen können wir diese, sobald wir im WLAN des Access-Points eingewählt sind, immer unter der IP-Adresse 192.168.4.1. Und hier sehen wir jetzt alle fünf von uns vorhin definierten Geräte. Hier haben wir unseren ADC-Sensor, wir haben unseren Switch, den Binary-Sensor, die Light-Komponente und unseren Text-Sensor. Von allen können wir hier den Status sehen und bei Switch und Light haben wir die Möglichkeit, diese an- und auszuschalten. Hier unten sehen wir auch das Log, welches wir uns sonst immer über die ESP-Home-Oberfläche aus dem Home Assistant heraus angesehen haben. Und dazwischen seht ihr den Menüpunkt OTA-Update. Hier haben wir also die Möglichkeit, über Datei auswählen, eine Bindatei zu wählen und diese über den Update-Button auf unseren D1-Mini hochzuladen und direkt zu Flashen. Werfen wir jetzt für die kleinen Feinheiten des Systems nochmal eben einen kurzen Blick in die Dokumentation. Die Port-Angabe haben wir ja eben schon besprochen, diese kann man angeben, muss man aber nicht. CSS-URL ist ein Parameter, über den wir unserem ESP-Home-Projekt sagen können, welche CSS-Datei unser Web-Server als Standard-CSS importieren soll. Hierbei muss es sich um eine für den D1-Mini erreichbare URL handeln. Standardmäßig ist die hier verlinkte CSS-Datei eingetragen. Diese können wir aber eben überschreiben. Das heißt, hierüber haben wir eben die Möglichkeit, wenn wir auf unserer Webseite zum Beispiel schon ein eigenes CSS-Stylesheet liegen haben, könnten wir dieses hierüber verlinken. Wenn unser ESP jetzt aber gar kein Internetzugriff hat, reicht uns dieser Parameter nicht aus. Dann benötigen wir die CSS-Datei auf unserem ESP selbst. Und dafür gibt es den Parameter CSS-Include. Hierüber wird eine CSS-Datei, welche auf unserem Home Assistant-Dateisystem liegen muss, als Datei 0.css auf unseren D1-Mini mit hochgeladen beim Flashen und unserem Skript zur Verfügung gestellt. Die gleichen Möglichkeiten haben wir auch für die JavaScript-Files, einmal mit js-url und einmal mit js-include. Mit unterstrich-url wird wieder eine externe JavaScript-Datei referenziert und mit unterstrich-include wird diese Datei als Datei 0.js unserem Web-Server zur Verfügung gestellt und zwar lokal auf dem D1-Mini oder auf unserem ESP. Die beiden Standard-Dateien, sowohl die CSS als auch die JavaScript-Datei, sind hier verlinkt und insofern können wir diese hier auch als Grundlage herunterladen, um diese an unsere Bedürfnisse anzupassen. Bevor wir uns das ansehen, machen wir aber erstmal mit den Parametern hier weiter. Und zwar haben wir hier noch den Parameter out mit Username und Passwort. Darüber sind wir in der Lage, den Webzugriff zu beschränken und durch einen Benutzer und Passwort zu sichern. Die Web-Oberfläche, die wir uns gerade angesehen haben, wäre dann nur noch durch Eingabe eines Benutzer und eines Passworts zugreifbar. Dann gibt es noch den Parameter OTA. Darüber sind wir in der Lage, mit OTA Doppelpunkt True oder OTA Doppelpunkt False, das OTA-Feature, welches wir gerade gesehen haben, um Over-The-Air zu flashen, ein- oder auszuschalten. Standardmäßig, wie wir gesehen haben, ist dieses Feature aktiviert. Nur um es mal eben kurz zu zeigen, wechsle ich hier nochmal nach ESPHome und unter Web-Server hätten wir jetzt eben die Möglichkeit zu sagen Out Username Doppelpunkt zum Beispiel Daniel und Passwort Doppelpunkt Top Secret. Und wenn wir jetzt noch einmal die Webseite aufrufen würden, dann würden wir nach Benutzer und Passwort gefragt und kämen nur noch an das Frontend dran, wenn wir eben als Benutzer Daniel und als Passwort Top Secret eingeben würden. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht extra durchspielen. Was ich euch aber noch einmal zeigen möchte, ist der Punkt CSS Include. Dafür rufe ich jetzt hier einmal diesen Link auf und hier seht ihr jetzt das komplette CSS, welches von dieser Webseite, die vom ESPHome generiert wird, verwendet wird. Das kopiere ich jetzt einfach mal. Lass hier von freeformatter.com mal eben kurz dieses Skript formatieren. Kopiere das jetzt wieder. Der Schritt ist natürlich nicht notwendig, aber so wird das Ganze wenigstens etwas lesbarer. Wir wechseln in den Pfeileditor und hier gehen wir jetzt mal in den Ordner config, ESPHome und hier liegen ja unsere ganzen ESPHome-YAML-Dateien. Und unter anderem auch unsere Webserver.YAML. Und hier legen wir jetzt mal eine neue Datei an. Die nenne ich jetzt einfach mal myown.css und sage OK. Dann öffnen wir die Datei mal und fügen hier jetzt das originale CSS ein, welches e von unserer Webseite verwendet wird. Wenn wir jetzt einmal ein bisschen hier hochscrollen, dann finden wir hier markdown body table th und table td, also die Layout-Vorgabe für unsere Zellen in den Tabellen. Und einfach nur, um mal kurz zu zeigen, dass dieses CSS verwendet wird, sagen wir jetzt hier einfach mal color red. Hier oben fehlt noch das Semikolon und wir sagen speichern. Und somit hätten wir jetzt dafür gesorgt, dass wenn dieses CSS verwendet wird, unsere Zellen in der Tabelle eine rote Schrift erhalten sollten. Jetzt müssen wir unserem Webserver im ESPHome nur noch mitteilen, dass er eben diese CSS-Datei auch benutzen muss. Und dafür gehen wir jetzt wieder nach ESPHome, sagen hier einmal Edit, gehen nochmal in den Webserver und sagen jetzt hier einfach mal CSS-Include-MyOwn.css. Ich sage speichern und wir installieren das Ganze direkt nochmal auf den D1-Mini. So, die Konfiguration wurde installiert und wir schauen uns das Ganze jetzt noch einmal an. Ich aktualisiere einmal hier die Webseite. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, die Schrift in der Tabelle ist nun rot gefärbt. Und das funktioniert natürlich mit allen erdenklichen Sachen, was ihr über CSS auch anwenden könnt. So, wer jetzt aufgepasst hat, wir sehen jetzt hier auf einmal nur noch drei Geräte und nicht mehr wie eben fünf. Denn unsere beiden Sensoren sind aus der Anzeige verschwunden. Woran liegt das? Ich habe eine klitzekleine Änderung an dem Projekt vorgenommen, die ich gerade mal bewusst noch nicht gezeigt habe. Was habe ich genau gemacht? Wenn wir uns hier noch einmal die Sensoren ansehen, dann fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, diese haben jetzt keinen Namen mehr. Denn diese habe ich einfach mal entfernt, beziehungsweise beim Sensor aus dem Namen einfach eine ID gemacht. Denn entweder ID oder Name, muss vorhanden sein. Dann ist ESPHome an sich damit zufrieden, aber der Webserver nicht. Damit diese Geräte im Webserver sichtbar sind, benötigen sie einen Namen. So, und wenn wir diesen Namen hier wieder hinzufügen und jetzt noch einmal sagen installieren, dann tauchen sie, wie ihr hier sehen könnt, auch wieder in der Oberfläche auf. Das soll es erst einmal zum Webserver gewesen sein. Ich denke, die wichtigsten Punkte sind wir hier auch alle durchgegangen. Der JavaScript-Bereich ist genau so zu behandeln wie der mit CSS. Ich denke, das müssen wir uns nicht noch einmal einzeln anschauen. Und insofern soll es das für dieses Video gewesen sein. Ja, soviel zum Webserver mit ESPHome. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESPHome diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Wird mich freuen, den einen oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich morgen im erst mal letzten Teil dieser Serie wiedersehen würden. Denn in Teil 24 wird es nochmal spannend. Da schauen wir uns an, wie man eigene Services für Home Assistant auf unserem ESP installieren kann, einrichten kann. Und wie das genau geht, was es dabei zu beachten gibt, das erfahrt ihr morgen. Und bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!